Ja, Aufnahme. Das ist ein Menschentüben. Hä? Ja. Einfach mal random hinlegen, verwirrt den Gegner noch zusätzlich, falls er einen sieht. Nee, da ist ein Gegner. Ist der hier unten drin? Da hat der Quickscope wohl nicht funktioniert. Wäre gelegentlich gar nicht schlecht. Ein Spotter, der Kassel hoch. Team Setup. Oh, das geht ja super. Moment, fahre ich jetzt hier! Au! Ja, das kommt davon, wenn man zu oft nach oben sieht. Elite-Kännchen. Feuerrate, Magazin, Größe. Haben alle Klassen dieses 88 Dingens? Nope. Hä? Das ist aber fast genauso wie... Du bist immer noch Versorgung. Oh. Guck mal, ganz oben. Ja, da. Stimmt, und der hat ja noch gar nichts freigeschaltet. Ja, du hast ihn ja noch nicht gespielt. Wir sollten auch was freigeschaltet haben. Ich würde mal sagen, Rache. Guck. 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 Das ist auch ein wenig. Aber stimmt, das kann ja noch gar nicht wiedergelegt werden. Ja. Oh, das ist ja voll scheiße. Ey, voll scheiße. Da ist jemand. Ja, ist klar. Der ist oben. Ist klar. Klar. Wieso? 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 Ich nehme mal einen ein. Ganz allein. Das war fail. In den Arsch geschossen. Wo warst du hier? Da wo ich hinlaufe ist einer. Nein! Forst, ich bei dir ist einer. Oh f**k. Da kommt eine Antea auf dich zu. Besser gesagt, sie ist in deiner Nähe, aber sie kommt nicht auf dich zu. Ja, ich hoffe doch. Sie ärgern. Objektiv, helfe! Oh, oh! Fahrzeug getroffen, aber mir auch nicht. Da ist ein Gegner, 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 links, 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 links! Irgendwo da ist ein Gegner. Den meinte ich. Und deine Maus, scheiße. Wieso? Je schneller du deine Maus bewegt hast, desto langsamer hat sich dein In-Game-Charakter bewegt. Ja, dann kauf mir noch neue. Kauf mir mehr Schmuck! Schatz, warum brennt das Kippt? Kauf mir mehr Schmuck! Ich bin jetzt ein Transporthochschrauber. Ich kann nicht schießen. Ja, dann schmeckt es jetzt auch wirklich sehr. Ich möchte eine Maus aus Stahl. Das heißt Stahlrolle. Bist du rechts? Ja. Schieß auf das Boot. Ich versuche um das Boot zu ziehen, dann kriegst du einen Hitmarker. Objektiv, rauf! Objektiv, rauf! Sehr gut. Da müssten Leute auf dem Ding sein. Auf der... hier an Land. Das sind Leute, die wollen nach oben. Wenn du Leute siehst, einfach draufballern. Die müssten irgendwo da unten sein. Da ist ein Boot. Ja. Es sind sogar zwei Boote, aber jetzt gehe ich da nicht hin. Ich versuche dich so hinzubringen, dass du schießen kannst. Das andere noch killen. Ja, das geht doch nicht. Das ist weg. So, und jetzt nehmen wir A ein. Das ist noch ein Boot. Jetzt müsstest du es sehen. Ah, das ist direkt unter uns. Moment. Ah, ich drehe mal den Hubschrauber. So, jetzt müsstest du es sehen. Ja. Den bitte zurück. Da hat jemand versucht auf uns zu schießen. Ups, raus. Bin schlecht geflogen, sorry. Bin wieder eingestiegen. Kannst auch wieder einsteigen, wenn du willst. Wir haben Kontrollen. Wir haben Kontrollen. Objektiv Alpha. Auch schöne Taktik. Wir haben A eingenommen. Rechts Boot. Rechts vorne. Siehst du es? Ist es down? Ist es down. Ich halte mal nach Sachen für dich ausschauen. Wir werden gleich getroffen. Mobility Hit, Mobility Hit, Mobility Hit. Raus. Da war ich jemand mit der Anti Air im gegnerischen Transport Heli. Tauchen. Da ist jemand. Wahrscheinlich. Wir nehmen B ein. Das kannst du auch auf den Weg machen. Du heilst automatisch. Was? Das Ding, das du hingeschmissen hast. Das ist ein kleines Medi-Kit. Das bleibt an dir kleben. Das ist so gut. Wir beantworten. Wir haben nur neutralisieren. Entschuldigung. Sniper. 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 Seine Position. Seine Position. Den am Strand. Rechts von uns. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist auf der anderen Seite. Das ist ein Gegner. er ist auf der minimap irgendwo direkt vor mir ist er oben oder unten ein hab ich angeschossen da müsste noch einer rumstehen irgendwo da genau der ist unten unter der um unter der treppe was ist hier los an meiner position da wieso hast du plötzlich auf die secondary gewechselt panik wieso wechselst du dann auf die secondary ach so um die nachladen abzubrechen oder wir ok dann ist in Ordnung ich versuche jetzt mal was was ich sonst nie mach ja ich bin im jet ok das boot ist down fuck ich bin ein mieser jetpilot ich bin halt jetzt eigentlich richtig alter Da sind so viele Schiffe, aber das muss man schon mit uns abstimmen. Ich such gerade nach Schiffen, ich sehe aber keine. Ich sehe auch keine Menschen. Entspann dich. Der Jett ist so schwer. Verdammt, du schießt ein Jett auf mich. Alter! Der hat nur wenig Schuss gebraucht, um mich down zu kriegen. Was hat denn der für krasse Munition dabei? Ich versuche dich zu rächen. Hinter mir? Sind die irgendwo unten, oder wie? Hier ist einer! Hinten wir untersteigen! Einen habe ich gekriegt? Ah, das ist gut. Äh, was ist denn hier los? Mein Ausgub hat es da ein bisschen gefehlt. Ja, die ist ein bisschen langsam. Aber ich würde sagen, was sie machen, weil sie es gar nicht durch euch zählen. Ähm. Es kommt darauf an, was für ein Spielstil du hast. Ähm. Da will jemand Munition. Munition, Munition, Munition! Was hast du gesagt? Wenn es dein Spielstil nicht dienlich ist, dann ändere es. Ach Gott, ich habe keine Lust die ganze Zeit zu laufen. Okay. Da ist jemand hinter uns rechts. Es ist so scheiße schwer hier, einen zu sehen. Es ist so scheiße schwer hier, einen zu sehen. Versuch mal linksberg hoch zu gehen. Da hoch. Ja, das geht ja aber. Aber auch nicht. Da war doch eben eine Stille, wo du hoch konntest. Oh Gott, man ziehe weg. Mein Hemming ist so episch mies grad. Ich bin hier mal runter. Willst du mitfahren? Ja. Ich dachte, das ist einer schneller. Ja. Auf der anderen Seite von dem Schiff ist noch, äh, ist noch ein Boot. Ja. Du bist jetzt Selbstmord? Oh Gott. Das Ding hier zu steuern ist echt scheiße. Ich weiß jetzt, die Dinge in Wirklichkeit auch nicht so einfach zu steuern sind. Aber muss man das wirklich so realistisch machen? Was scheiße in der Realität auch scheiße bedeutet. Das kann's doch echt nicht sein. ich habe erster getroffen alter schwimmst du da ist ein helikopter bei dir weiß ich nicht nur marines also also nur spezialeinheiten und marines sind für unterwasserkampf trainiert wo bist du ich wollte dich unterwegs auch oder bist du schon du bist schon so weit da ist da ist oben jemand ja da sitzt jemand drauf ok das boot müsste rückwärts fahren um mich zu erwischen ja wir verlieren auch spielmechanik eigentlich solltest du die hier nehmen und ich krieg die da egal ja ich weiß was schrottflinten ach stimmt ja ich hab die usas kurz benutzt so hier so hier hier oder hier hier